Ich grüße euch, meine Lieben. Ehre Gott, dass wir heute hier mit Frieden sein können und mit Freude. Es ist traurig anzusehen, dass wir nur so eine kleine Gruppe hier hatten. Es gab Zeiten, da hatten wir mehr Kinder hier als Erwachsene hier im Saal. Und heute denkt man sich vielleicht, dass wir gar keine Kinder haben, so viele. Aber das wird sich alles noch ändern, wir werden dann wieder die Bühne voller Kinder haben. Ehre Gott für alles. Heute mein Thema, was ich auf dem Herzen hatte, habe ich genannt. Welchen Platz nimmt Gott in deinem Leben und in deiner Welt ein? Einfach in deinem Leben, in deinem Herzen und in deiner Welt. Der Mensch lebt und denkt nicht über Gott nach. Und jemand lebt mit Gott. Und die und die anderen Und dann leben sie auf der Welt und sie kriegen viele Fragen auf Gott bezogen. Die sie in ihrem Leben beantwortet haben wollen. Zu einem gehst du und du erzählst ihm von Jesus Christus. Und sie sagen dir, in welchen Zeiten lebst du denn? Wir leben im 21. Jahrhundert. Und die anderen sagen, ich kenne Gott nicht, ich habe gebetet und er hat mir nicht geantwortet. Und desto älter der Mensch wird, desto mehr Fragen hat er. Ich lese zwei Stellen vor, aus Johannes 1. Der dritte Vers. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Nichts ist durch Jesus Christus entstanden. Und der neunte Vers. Und dieser Vers spricht auch von Jesus Christus. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und hier haben wir zwei Verse gelesen. Und der eine Vers spricht darüber, dass nichts entstanden ist, als ohne Jesus Christus. Und der zweite Vers spricht davon, dass Jesus dieses Licht ist, was eben jeden Menschen erleuchtet. In der Bibel heißt es, alles, wonach du suchst, ist durch Jesus Christus entstanden. Und Jesus gibt für alles eine Antwort. Und die Leute sagen dann, weißt du, was schon alles passiert ist, sie fliegen sogar bis in den Weltraum. Und du redest hier über einen Gott, der nur über kleine Sachen redet. Ja, die Wissenschaft ist schon so weit gegangen, und Gott spricht über so kleine Sachen. Aber wenn es darum geht, um die Wahrhaftigkeit in sich selbst. Dass die Frau den Mann nicht aufgibt, und der Mann die Frau nicht aufgibt. Oder nicht verratet. Wenn davon die Sache ist. Einfach einen Menschen zu verstehen und ihnen nicht Schmerzen zuzufügen. Wenn die Menschen wenig Süßigkeiten haben, und der Bruder das vom Bruder wegnimmt. Und ihnen auch Schaden zufügt. Wenn wir auf die Medizin schauen, die schon so viele technische Sphären übersprungen hat. Und unsere Medizin, die schon viel Gutes erreicht hat. Die Menschen hören auf, schlechte Sachen zu nehmen. Die Menschen werden zu Alkoholikern. Sie werden drogenabhängig. Sie sterben. Und keine Medizin kann sein Herz und sein Verstand ändern, richtig nachzudenken. Keine Medizin, nichts kann Ihnen helfen. Keine Wissenschaft. Er ist hilflos und er rühmt sich mit Sachen, die ihm nicht helfen können. Wer kann von uns sagen, oder welcher Mensch kann sagen, was im Herzen von Putin ist? Was wird uns morgen erwarten? Wer kann sagen, was mit unserem Herzen passiert, wenn er etwas macht und wie wir wirken würden? Wer hat darauf eine Antwort? Das Wort sagt, dass Jesus den Menschen erleuchtet. Er ist das wahrhaftige. Und so habe ich auch mein Thema genannt. Welchen Platz nimmt Jesus in deinem Leben und in deiner Welt ein? Wo stehe ich heute und womit lebe ich? Mit wem lebe ich? Habe ich Antworten in meinem Leben? Ich lese eine wichtige Stelle aus 1. Timotheus 4.16 vor. Wir lieben diesen Stich. Wir lieben diesen Vers. Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Hier ist so eine einfache Antwort. Wenn ich auf mich selber achten werde, wenn ich auf mich selber achten werde und in der Lehre, die uns Jesus gegeben hat, dann werde ich mich selbst retten. Und wenn der Mensch sagt, wir leben im 21. Jahrhundert. Er kennt nicht, wie schwach er ist und wie traurig er ist. Und wenn in seine Leben schwierige Situationen kommen, versteht er, dass er nichts kann. Er gibt sich auf das Leben. Und dann kommt die Frage auf, gibt es einen Gott, und wenn ja, warum hilft er mir nicht? Und er sagt aber, ich habe alles, was auf dem Licht ist, erschaffen, und wenn du willst, erleuchtet ich auch dich. Für den Menschen ist es sehr wichtig, antwortet Gott auf sein Leben und gibt ihm reich zu werden. Aber er stellt sich aber nicht die Frage, wenn mir meine Frau nicht mehr gefallen wird, werde ich sie dann aufgeben, verraten. Von hier fängt alles an. Und Streit von Streit lebende Menschen. Der Mensch zerbricht immer weiter. Und wenn er so schwach ist und nichts kann, dann wird für ihn alles unwichtig. Alles ist ihm so unwichtig, auch, dass er im 21. Jahrhundert lebt. Dass er sich auch das Leben selbst nimmt. Und wenn er sich das Leben selbst nimmt, dann ist alles ohne Nutzen. Aber Gott gibt ihm die Möglichkeit, alles zu geben, was er von Anfang an braucht. Er möchte ihm richtige Werte geben, wodurch er stabil wird. Das erste ist, dass er Werte hat für andere Menschen. Auch wenn dieser Mensch unvollkommen ist und ihm schlechte Sachen macht. Und hier fängt alles an. 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 Und dann wird ihm Werte geben. 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 Glück. Oder Glück. Oder Glück. Und dann möchte er den Menschen so richtig machen, dass er sich freut, auf der Erde zu sein. Auch in schwierigen Situationen. Und dann sehen wir, in diesem Ding ist Gott im Recht. Jesus sagt an einer Stelle, ohne mich könnte nichts. Und weil ich eben durch ihn erschaffen bin, kann ich nichts machen ohne ihn. Es gibt Menschen, die sagen, wir haben Gott getötet. Und damit wollen sie ausdrücken, dass wir jetzt können ohne Gott. Aber wenn auch nur eine kleine Sache passiert, in der Familie haben die keine Treue. Alles bricht zusammen. Aber wir haben gerufen, wir haben Gott getötet und wir können alles alleine. Ohne Gott funktioniert nichts. Wie viel Gott habe ich in mir? Und wie viel Gott ich in mir habe, hängt auch von meinem Leben ab. Und auch von meinem ewigen Leben. Und ich lese 2. Korinther 4 vor. 3. Korinther 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Für die ungläubigen, für die, die Gott in diesem Jahr verblendet hat, damit für sie nicht der Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes eben wird. Und hier gibt die Bibel uns eine Antwort, warum manche Menschen von Gott nichts hören wollen und so stark in ihrer Meinung sind. Die Bibel sagt, es gibt einen Gott dieser Weltzeit, aber das ist nicht mit Jesus gemeint. Und er ist dafür aus, dass sie nicht den wahren Gott kennenlernen. Dass die Menschen blind sind. Dass ihr Verstand blind ist. Dass ihnen nicht das Licht von Christus aufleuchtet. Und dieses Licht erleuchtet den Menschen. Und er möchte nicht, dass das Licht in den Menschen leuchtet. Das Licht, was Jesus Christus ist. Das Licht, was Jesus Christus ist. Was das Gottes ebenbild ist. Und so wendet sich der Mensch von Gott ab. Aber Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und deswegen ist er in Jesus Christus, Jesus Christus auf die Welt gekommen. Und wir haben den Vers gelesen, wir sollen auf uns selber achten. Und ich dachte, wie soll ich auf mich selbst achten? Ich werde mich selbst nicht verändern können. Aber der Herr wird es ganz einfach machen. Wir schauen auf Jesus Christus. Und wenn wir auf Jesus Christus schauen, dann schauen wir wie in den Spiegel, wie wir selber sind. Und wir sehen sofort unsere Werte. Und wir sollen uns in Jesus Christus sehen. Und dass ich dann an mir selber arbeite. Dass ich nicht darüber freue, wie denn die Wissenschaft ist. sondern dass ich mit mir selber arbeite. Und dass Jesus in mir immer mehr ist. Сегодня у нас здесь Bratis в сердце aus Украины, есть aus России. Wir haben hier Brüder und Schwestern aus der Ukraine, aus Russland. Und wir wissen, was dort hinten passiert. Und wir hören, was in den Herzen vorgeht. Und auf den ersten Blick verstehen wir das auch. Bei manchen ist es eine sehr große Wut. Bei jemandem Hass. Bei jemandem brennt ein Feuer der Vergeltung. Weil so was Schlechtes passiert. Und die Christen fragen sich, wie kann ich das aufhalten? Und die sagen, bei uns wir haben so eine Technik. Wir werden eine Technik hervorbringen. Und das aufhalten. Vielleicht töten die tausend Menschen dadurch. Vielleicht eine Million. Vielleicht eine Million. Vielleicht alle. Und im сердце останется Mäste на многих, может быть, даже Stолетия. Mäste. Rache. Und die haben dann Rache für 100 Jahre in ihrem Herzen. Was muss man jetzt machen? Ich höre die Gespräche unter Christen. Man kann manchmal nicht mal anhören, was passiert. Und wenn du die Präsidenten hörst und die Propaganda, dann die dir übelst. Und sie lehren dich, geh hin, geh mit deinem Leben und wie du mehr umbringen kannst. Und dass noch mehr Hass kommt. Und Gott spricht zu uns. Und in der letzten Zeit bei vielen wird die Liebe erkalten. Und was lehrt uns jetzt Gott? Er lehrt uns weiterhin zu lieben. Damit können wir das aufhalten. Stellt euch vor, wenn Putin jetzt auf Gott hören würde und auch Zelensky auf Gott hören würde, dann hätte jeder aufgehört und jeder wäre zu sich nach Hause gegangen. Aber sie wollen nicht hören. Sie leben ja im 21. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert redet man ja nicht über Gott. Und sie haben nicht diese Erleuchtung. Und sie stellen sich die Frage, wie soll ich das Problem lösen? Und sie wollen es mit Mord lösen. Und sie wollen es mit Mord lösen. Sie wollen nicht auf Gott hören. Und dahinter steht der Gott dieser Weltzeit. Es steht, damit sie nicht das Licht in Jesus Christus sehen. Und viele Christen schließen sich auch dem an. Sie fangen auch an so zu denken, wie der Gott dieser Weltzeit. Und sie sehen Jesus nicht und hören ihn nicht. Und es heißt, derjenige, der die Liebe bis zuletzt bewahrt, er wird gerettet werden. Wir haben gelesen, achte auf dich selbst und du wirst gerettet werden. Und Jesus sagt, wenn du siehst, was Gott möchte, dann geht die Liebe hinaus, du verlierst dein Leben. Du beginnest zu поступen, wie jeder gräscher. Dann fängst du an, auch so zu wirken, wie die Sünder, die nicht auf mich hören und sich nicht mehr abgeben. derjenige, der mir nicht die Möglichkeit gibt, in den Menschen zu leben. Und sie haben ihr Herz geöffnet für den Gott dieser Weltzeit. Aber Gott brennt in seinem Herzen dafür, jeden Menschen zu retten. Und wie viel lassen wir Jesus Christus in unser Herz rein? Und wenn ich Jesus nicht die Möglichkeit habe, in mein Herz zu gehen, dann werde ich vielleicht ausrutschen und den breiten Weg gehen. Kolossian 1, 10, 10. Und hier leze ich bis zum 16, 10. Und wir lezen von vers zu vers und werden dann darüber sprechen. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Посмотрите, какие тут большие слова сказаны. Hört zu, was für große Worte hier gesagt sind. Какое просвещение хочет Бог дать und ожидает от человека действия? Was möchte er den Menschen geben und was erwartet er jetzt von den Menschen? Чтобы поступали достойно Бога. Dass wir würdig wandeln in Gott. Wie hat Gott gehandelt? Wir уже сегодня читали Иисус ist Образ Бога. Und wir sehen, wir haben heute gelesen, Jesus ist das Ebenbild Gottes. Как поступил Бог? Как достойно Богу поступать? Wie hat Gott gewirkt? Wie sollen wir wirken? Jesus hat alle Sünden auf sich genommen und wurde dafür gekreuzigt und er selbst hatte keine einzige Sünde. Und für diejenigen die ihn gekreuzigt haben hat er gebetet und gesagt verzeih ihn denn sie wissen nicht was sie tun. Und hier steht damit wir würdig sind im Herrn und wüldig wandeln. Gott hat große Erwartungen an die Kinder Gottes. Aber wenn ich nicht diese Erleuchtung habe, wenn ich nicht genügend Jesus Christus in meinem Herzen habe, dann ich nicht wniere und kann поступen совсем anders sein. Dann achte ich nicht auf mich selbst und kann ganz anders wirken. Dage Dage Wenn wir darauf achten, wenn wir in allem wohlgefällig sind, dann können wir nicht infiziert werden mit dem Bösen. Ich kann nicht der Familie das Böse geben. Ich kann in die Familie nicht diese Rache geben. Er möchte, dass wir in allem so handeln, wie Gott handeln würde. Und dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Dass wir weiter vorangehen. Er möchte nicht, dass wir stehen bleiben. Er möchte nicht, dass wir zurückgehen. Er möchte, dass wir weiter vorangehen und immer mehr Jesus in unserem Leben haben. Ich habe heute gelesen von einem Zeugnis, dass man alle 16 bis 25-jährigen gesammelt hat und ihn hinten in den Kopf geschossen hat. Haben sie in ein Loch geschmissen und zugemacht. Der Präsident hat dann gesagt, ab 16 bis zu einem bestimmten Alter soll man die erschießen, damit sie uns nichts Schlechtes zufügen können. Und der Pastor hat gebetet, verzeih ihn, eröffne ihm die Augen, hilf ihm, Herr. Wenn sie so bleiben, dann werden sie in die Hölle gehen. Aber wenn sie verstehen, dann werden sie gerettet werden. Er hat nicht die Möglichkeit gegeben, dass sein Herz verfinstert wird und dass die Liebe weggenommen wird. Er war im Verständnis von Jesus Christus und hat das gelehrt. Er hat auf Jesus und das Kreuz geschaut und versucht, das zu tun. Und ich glaube, das ist richtig. Und ich glaube, das ist richtig. Ich denke nicht nur, sondern ich weiß, dass es richtig ist. Aber wenn man weiter schlecht handelt, dann wird das kein Ende mehr haben. Aber wenn du verzeihst, dann fängt er vielleicht an zu denken. Kann sein. Und natürlich, der Gott achtet auch darauf. Wir wissen in der Geschichte, in der Bibel, wenn Gläubige beten, dann Gott eine böse Sache mit etwas anderem böse. Natürlich gibt Gott nicht die Möglichkeit, ohne Ende das zu wirken. Aber wir müssen verstehen, was Gott will und was er tut. Ich werde weiter lesen. Vers 11. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Und hier steht, dass er mit aller Kraft mit aller Kraft Wenn der Mensch in die Versuchung fällt, es könnte überall passieren, der Gläubige. Stellt er sich ja die Frage vielleicht, ich bin ja Christ. Может быть. Kann sein. Und sagt, ну ладно, ich will meinen Bruder verzeihen und werde nicht lange böse sein. Und aber es heißt, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Mit der Kraft Jesu Christus. Welche Kraft hat Jesus? Ich kehre immer wieder zurück zu Jesus, zu dem, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Er ist nicht für die Sünden nur eines Menschen gestorben, sondern aller Menschen. Alle haben gestorben, und er schreien, kreuzige ihn. Und er hat allen verziehen. Und er ist für alle gestorben. Und das ist eben diese Kraft und Herrlichkeit, die Macht seiner Herrlichkeit. Und hier nicht nur mit einem Tropfen von Langmut, sondern mit aller Langmut. Und mit Freuden. Und mit Freuden. Kann sein, dass wir aufhalten mit viel Bösen in uns. Aber Gott sagt, wir sollen mit Freuden das tun. Wie viel habe ich Jesus in mir? In meiner Welt, in meinem Leben. 12. 12. indem ihr dem Vater dankt, sagt, der uns tüchtig gemacht hat, Zeit zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Manchmal durchlebe ich etwas und sage, Gott, ich kann das nicht aushalten. Aber es heißt, du bist tüchtig gemacht, teil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Das ist nicht nur manchmal irgendwo durchzuspazieren. Da muss man alle Geduld und alle Kraft dafür anwenden. Und die Christen stellen sich eine Frage, möchte ich ein Nachfolger der Heiligen sein oder schwach sein? Und der Mensch muss sich diese Frage stellen, weil er es berufen ist. Er ist nicht dazu berufen, zu sagen, Gott, gib mir bitte ein schönes Auto und wenn nicht, dann werde ich dir nicht folgen. Du hörst mich nicht. Und wir verstehen überhaupt nicht, zu was wir berufen sind. Und wir stellen die falschen Fragen. Aber Jesus zeigt sich als derjenige, der alle Menschen erleuchtet. Und damit ich wirklich понял, dass ich im 21. Jahrhundert bin, ohne Jesus bin ich null. Dass der Mensch versteht, auch wenn ich im 21. Jahrhundert lebe, ohne Jesus bin ich null. Nichts. Nur in Jesus Christus habe ich diese Werte, die wirklich zählen für Gott. Deswegen soll ich mich anstrengen, dass ich vollkommen Jesus in mir habe. 13. Vers. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Gott hat uns genommen aus das Reich der Finsternis. Diejenigen, die sagen, wir haben Gott getötet, wir können es selbst. Dann kommt der Moment in ihrem Leben und sie verstehen, in welcher Finsternis sie leben und wie schwach sie doch sind. Der Mensch denkt erstmal von sich, er lebt im Licht. Aber er lebt in der Finsternis. Und dann passieren solche Sachen in der Welt. Und sie passieren auf der ganzen Erde. Und sie werden die ganze Welt einnehmen. Und bevor Jesus nicht wiederkommt, kann die Welt nichts Gutes erwarten. Weil sie Jesus Christus nicht hören wollen. Sie leben wirklich verhaftet in der Finsternis. Aber Gott möchte, dass wir verstehen, dass wir versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Gott möchte, dass wir alle in das Reich des Sohnes Jesus Christus bringen wollen. Dass alle in Jesus Christus sind. Und alle richtig handeln. Aber es gibt sehr wenige. Und auch die Gläubigen fallen. Und es heißt, Und viele Sterne, die Gläubigen, werden vom Himmel gerissen werden. Sie sind groß und sind hervorgehoben, sagt Jesus. Aber sie werden die runterreißen. Und sie werden nicht mehr wirken in Gott, in Jesus Christus. Aber Gott möchte, dass wir immer richtig handeln. Deswegen müssen wir Jesus Christus in unserem Leben haben. 14-er Vers. Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und hier sagt uns der Vers, dass wir sollen das schätzen, dass wir befreit sind durch sein Blut, dass wir verziehen sind, alle unsere Sünden. Und dass wir nicht zu dem Alten zurückkehren. Aber dass wir richtig denken und richtig dienen. Und der 15-er Vers, eine Wiederholung von dem, was wir schon gelesen haben. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Und wenn ich auf Jesus Christus schaue, dann habe ich auch die Möglichkeit, auf mich selber zu schauen. Dass ich nicht von mir selber denke, ich weiß nicht, was ich in dieser und dieser Situation machen soll. sondern dass ich weiß, wie ich in Jesus Christus handeln muss. Und dass ich mich stärke mit jeder Kraft in der Macht seiner Herrlichkeit die Willen Gottes zu erfüllen in jeder Zeit und in jeder Tat. Und der 16-er Vers, Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und hier sagt der Vers wieder, alles ist durch Jesus Christus erschaffen. Und hier ist auch etwas hinzugefügt, was mir sehr gefällt. Und der letzte Abschnitt. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Der Gott dieser Weltzeit, der gegen Gott handelt, der ist erschaffen durch Jesus Christus und für ihn. Wenn wir das verstehen, dann können wir wachsen. Wenn er seine Taten nicht verbringen kann, dann... Wenn er nicht wirken könnte, würde ich mein Herz nicht erkennen können. Aber wenn der Gott dieser Weltzeit mich dahin packt, gegen Gott zu wirken, dann sehe ich, was schlecht ist und was auch gut ist in Jesus Christus. Und ich habe die Möglichkeit, auf mich selber zu schauen. Und in diesem Sinne kann ich mich dann auf den richtigen Weg stellen und mich retten. Alles für Jesus Christus. Und für eine gewisse Zeit. Und alle Regierungen und Herrschaft und alles Böses ist in den Händen von Jesus Christus. Und keiner wird weitergehen, als Gott ihm die Möglichkeit gibt. Aber es gibt auch die Möglichkeiten, dass man auf Jesus nicht hört. 2. Korinther 13, Vers 11. Und hier sagt der Vers darum, was Jesus von uns will. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurecht bringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Hier steht geschrieben, wie wir handeln sollen. Und wenn wir so handeln, wie Gott es möchte, dann wird der Gott des Friedens mit uns sein. Der Gott des Friedens, er ist Frieden, er möchte mit uns sein. Aber wir hören oft nicht. Und die Großteil der Menschen möchten Gott überhaupt nicht hören. Und dann haben die viele Katastrophen. Wenn es keine Kriege gibt, gibt es trotzdem Katastrophen. Familien gehen auseinander, das Leben wird zerstört, sie haben viele Probleme, sie wissen nicht, wie man da rauskommen soll. Sie haben keinen Frieden mit Menschen, sie hassen alle, sie rächen sich an vielen. Und dann hat es kein Ende. Aber Gott möchte, dass wir Frieden haben. Manchmal gibt es keine Möglichkeit, für Gott einen Menschen zu holen, als nur durch eine Katastrophe. Eine Katastrophe könnte vielleicht die letzte Möglichkeit für Gott sein, einem Menschen aus der, vom Verloren gehen zu retten. Um ihn zu retten. Wir думen, warum Gott das ist? Das ist ein вопрос. Нам nicht mehr Verschwächen. Manchmal stellen wir uns die Frage, warum lässt Gott solche Situationen zu? Бог lässt sich сильнее. Почему Он допускает сейчас это в России и Украине? Warum lässt Gott diese Situation in der Ukraine und Russland zu? Почему Он допускает это во многих странах? Warum lässt er so eine Situation in vielen Ländern zu? У меня времени нет, Brat und Sösser. Я только прочитаю это. В Jesaja, 1. Ich habe nicht mehr viel Zeit, deswegen will ich es schnell vorlesen aus Jesaja, 1. 2. bis 7. Vers. Слушайте небеса и внимайте земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Hört ihr Himmel und horche auf, о Erde, denn der Herr hat gesprochen, ich habe Kinder groß gezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Вол знает владетеля своего и осел, яси господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Вот что у вас бить еще, продолжающие свое упорство, вся голова в язах и все сердце исчахло. Вовин soll man euch noch schlagen, да jedoch den Abfall nur noch weiter treibt. Das ganze Haupt ist krank земля вас опустошена, города вас сожжены огнем, поля ваши и в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet, wie von Fremden verhehrt. И осталось через Sion как шатер, виноградники, как шалас в огороде, как осажденный город. Und die Tochter Sion ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Und hier sprechen diese Verse davon, wenn der Mensch weggeht von Gott. Welche Katastrophen in sein Leben kommen? Все теряет. Er verliert alles. Но к Богу не обращается. Aber er kommt nicht zurück zum Herrn. Und der Herr sagt, wohin soll ich euch noch schlagen? Ja, и так написано перед приходом Иисуса Христа. Und so heißt es, bevor Jesus wieder zurückkommt. Не зря, dass будут такие Katastrophen на Земле и будут гибнуть миллионами или миллиардами. So viele Katastrophen wird es auf der Erde geben. Millionen und Milliarden werden sterben. Und es steht geschrieben und sie werden sich dennoch nicht bekennen. Но все-таки это не о всех написано. Не о всех написано. Aber es heißt es steht nicht so von allen geschrieben. Иисус говорит, но все-таки многие покажутся и спасутся. Aber es heißt auch viele werden sich dennoch bekehren und werden gerettet werden. Они пустят Иисуса Христа свое сердце. Sie haben Jesus in ihr Herz gelassen и поймут, что без Иисуса Христа и в 21. die Antwort die Antwort du 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 hast falsche werte und du Du kannst die Lasse nicht mehr tragen. Aber er sagt, komm zu mir. Du bist erwählt. Du bist erwähnt. Ich werde euch beruhigen. Er sagt, ich werde euch beruhigen. Menschen sagen, wie soll mich Jesus beruhigen? Geld beruhigen nicht. Wer so denkt, kommt ein Zeitpunkt, dass dein Schalass auf dem Garten steht. Wer so denkt, steht es geschrieben, von dem wird es sein wie ein... Wie eine Hütte im Garten. Und der Mensch sagt, das hilft mir auch nicht. Wenn es Geld gibt, aber kein Essen. Ich habe von einem Zeugnis gehört, dass die Soldaten schon Vögel erschießen, damit sie was zu essen haben. Oder Hunde erschießen. Sie können nicht in die Stadt gehen, weil dort wird geschossen. Und es kommt kein Essen, und deswegen müssen sie die Hunde erschießen. Aber wir sind stark, wir haben Bomben. Und dann geben sie doch auf, weil sie Hunger haben. Was sagt er, wenn er hört, was Gott zu ihm gesprochen hat? Vor Gott zählt das nicht. Gott braucht man. Das ist die einzige Antwort für jeden Menschen. Deswegen sagt Jesus, komm zu mir. Wie viel habe ich Jesus in mir? Wie viel Platz nimmt der eine in meiner Welt? Gott soll uns alle segnen, dass wir wachsen, in Gottes Willen wachsen können. Wir wollen jetzt kurz beten. Und wir wollen auch für die Ukraine und Russland beten.